So... Vielleicht soll ich doch wieder... Oh... Wieso stelle ich mich... Geh und sterb endlich! Immer noch nicht genießt... Geht doch! Mann! Ich brauche für diese Kämpfe echt... ...ne Menge... ...Gesellen! Du kannst es nicht zerbrechen! Blablabla! Mein Gott, der Herr hat sich mit Dante gemacht! Nein! Nice! Tja! Man sollte Dante nie auf eine Feier einladen! Du, 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 du... Und jetzt dürfen wir den Weg wieder zurückrennen! Zja, hätte Frappstar was aufgenommen einfach... ...dann hätte ich das ganze nicht normal spielen müssen! Hm! Jetzt kommt es mir eher langweilig vor, aber... Ja! Ja! Du kennenzulierst mit ihnen? Entschuldigung! Religion und ich nicht mix! Es ist eine kleine kongregation... ... die in der Kastle-Towne Fortuna... ... Ich denke, die nur diejenigen, die es gehört haben... ... sind diejenigen, die interessieren in diesen typen... ... wie du! Genau! ... die in der Kastle-Towne Fortuna... ... die in der Kastle-Towne Fortuna... ... die in der Kastle-Towne Fortuna... ... so... ... so what? Well, was if their intentions are foul? ... und da ist ein diabolical Plan behind diese apparently random acts? Well, dann... ... ich hätte etwas, was mich zu verabschieden... ... und... ... Trish! Hm... W Problem hätten sie in der Kastle-Towne Market... ... auf 들aved Konkneich... ... und immerhin! ... Oh! ... da ist demários meine Tagleiter... ... zu complaints... Das magische Normale ist... Wie bitte auch äh? ... die höre Tales... ... dann... ... hinein... Gleich weiter ohne zu speichern. Da waren wir im Rekord also... 6.745 Rekordpunkt, 29.285 Beginnen wir mit der Mission. Ich glaube das meiste des Weises sind möglich in der Flut. Nein. Sie händet mich nicht. Jedenfalls nicht großartig. Das heißt, wenn man den Weg weiß, wie man ihn gehen muss. Danke. Das nehmen wir auch mal gleich mit. Gut. Der war es nicht. Und wir nehmen auch mal gleich eine Abkürzung hier. Das heißt, wenn man das Abkürzung nennen kann. Eigentlich wäre ich genau da, wo ich am Anfang drauf war. Ja. Ach kommt Jungs, ich hab echt kein Glock mit euch hier. Ich hab echt was anderes zu tun. Ich hab... Ähm... Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ihr dummen Horscher. Wir haben... Ich muss nur die einzelnen Waffen. Ah... Geht doch. Ja. Alles klar, kommen wir ein bisschen klar damit. Ich meine, ihr werdet schon sehen, wie ich die Waffen nachher kriege, das ist nicht das Problem. Aber es ist nun halt blöd, dass ich die Waffen schon vorher gekriegt habe, weil Thraps nicht aufgenommen hat. Ich hätte es euch gerne so gezeigt. Oh, was ich jetzt? Das Kissi! Na, komm hier. Gut, damit werden die Siegel, oder die Barrieren besser gesagt, aufgebrochen. Hier gibt man schon die ganzen Teile hier. Mein Gott, ich sehe in diesem Wald nicht durch. Das ist erschrecklich. Aber, ach da. Äh. Aber eins möchte ich euch unbedingt zeigen. Oder zwei Sampel sind da. Haha. Powerpunch. Und. Der stramme Barri. Bam. Juhu. Äh. Ich glaube. Bin ich das letzte Mal davon reden? Ich glaube schon. Ach komm, hat die Klappe. Du bist so oder so tot. Komm. 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 Wir werden sch immensely gut den Sieg. Ja. 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 Holladay. Genau. Fortskrone. Ja. Ja. init. Ja 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 ado Silk rigtig her Geht doch. Nee, da. Oh, das ist schon für 10.000, hey. Geht doch. Und die noch. Wie, da stehe ich mir so im... Äh... Na gut, ich kann zwar nicht langen damit fahren, aber trotzdem... Ein, 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 ein. Das ist kein Gericht, aber die will ich haben. Äh, ist das jetzt hier lang gewesen? Äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss die, die muss sich hier unten lang. Okay. Oh, vaos. Wow, ja... Oh. Oh. Wow. Du bist erledigt Und du Auch Gut, von wo kommt der Schatten? Von Also da steht der Schatten, also dahin wo die Sonne Von daher wo die Sonne kommt, soll ich Jetzt kommt die Sonne von hier wieder Egal Ein Glück ist das eigentlich schnell erledigt Einmal muss ich glaube ich noch Obwohl ich sagen muss, der Wald ist verwirrend Aber ich habe es geschafft Und bevor wir weiter gehen Objekte werden nicht schlecht 5.000 5.000 Was haben wir? Violette Kugel 13.000 50.000 Kriege ich noch nie zusammen Deswegen holen wir lieber eine violette Und erhöhen somit den Devil Trigger Ist doch besser als alles andere Ist doch besser als alles andere Und der Ladevorgang Du 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 Hm, nettes Tor 3.000 Zitat S Katie Versen Ha 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 ha!